Der Motorrad 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 So harmlos bleibt es nicht lange. Ich hab keinen Bock auf Bohrstellen, ey, auf so eine Kacke. Ist es ein Vogel? Nein. Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Schreibmaschine. In die Tümpel, in die Tümpel. In die Tümpel, in die Tümpel. Hey, hey, jeder, aufstehen, ich hab mein Gesicht, aufstehen. Schrei mich doch bitte nicht so an, bitte schrei mich nicht so an. Ich hab mein Gesicht, aufstehen. Das könnte vielleicht jemand sehen, das muss psychosomatisch bedingend sein. Ich verstehe das alles nicht. Nichts mehr Bein und Busen. Nichts mehr Bein und Busen. Nichts mehr Bein und Busen. Deine schwarze Tasse, bitte. Lass mich doch mal an deine schwarze Tasse. Nichts mehr Bein und Busen. Nichts mehr Bein und Busen. Nichts mehr Bein und Busen. Vielen Dank.